Am Sonntag, den 1. Dezember, steht ja schon der 1. Advent im Kalender. Und hier im 16-Tage-Trend widmen wir uns der Fragestellung, wird der 1. Advent ein winterlicher sein? Winterlich war es ja z.B. jetzt am Dienstag in Hamburg. Leise rieselte der Schnee hier in der Polarluft. Und der Polarlufteinbruch beschert jetzt allen voran den Mittelgebirgen und auch dem Hochgebirge natürlich einen satten Wintereinbruch. Ein wunderbares Wintermärchen, während es im Tiefland jetzt nicht ganz so viel Schnee sein wird. Jetzt blicken wir auf die Großwetterlage. Das ist jetzt in dieser Woche die Temperaturabweichungskarte. Also für diese Woche des ECMWF-Modells. Sturmtiefzentrum hier über der Ostsee. An der Rückseite des Tiefs im Breitemstrome. Die zu uns hereindringende Polarluft mit Schnee zum Teil bis ins Flachland. Wir haben es ja gerade gesehen. Man sieht hier auf der Niederschlagsabweichungskarte eine insgesamt auch zu nasse Woche. In der Folgewoche wird sich das ändern. Dann wird es allen voran auf der Alpensüdseite viel Niederschlag geben. Und zwar im Südstau der Alpen. Auf der anderen Seite der Alpen, also auf der Alp-Nordseite, kommt dementsprechend Südföhn in die Gänge. Und dieser wiederum erwärmt die Luftmasse deutlich. Also der Start in die neue Woche wird ein außerordentlich milder und teilweise auch stürmischer sein. In der Folgezeit allerdings beruhigt sich das Wetter. Und unter Hochdruckeinfluss ist dann wahrscheinlich kein so großes Spektakel mehr zu erwarten. Ganz im Gegenteil. Man sieht hier auf der Niederschlagsabweichungskarte rund um das Hochdruckgebiet herum eher eine zu trockene Angelegenheit. Das passt also auf jeden Fall. Und Hochdruckegebiete bringen in dieser Jahreszeit allen voran den höheren Berglagen. Sonnenschein in den Niederungen. Allerdings, wir haben es ja zuletzt erlebt, viel Nebel und Hochnebel. Also wieder klassisches, ja dann nicht mehr November, sondern Dezembergrau. Aber zunächst ist es erst mal winterlich in der Polarluft mit Frost und Schnee. Sonntag und Montag dann Wetterwechsel. Stürmisch und mild wird es dann werden. Und danach kommt eben das Hochdruckebiet in die Gänge mit viel Nebel und Hochnebel und sonnigem Bergwetter. Am 1. Advent wird der Hochdruckeinfluss wahrscheinlich überwiegend zu 80%. Aber es ist noch ein bisschen Restunsicherheit vorhanden, weil es einfach noch eine ganze Strecke bis dahin ist. Wir werden das die nächsten Tage an dieser Stelle auf jeden Fall noch genauer beleuchten.